Zuerst also unsere Frage nach der Einstellung des Erkennenden gegenüber der Gesellschaft. Nun, kurz zusammengefasst bereits am Beginn, jegliches Verstehen von etwas oder von jemandem, somit auch der Gesellschaft, verlangt eine wohlwollende Einstellung ihm gegenüber. Das waren die Ansichten von Aurelius Augustinus, von Blaise Pascal, von Johann Wolfgang von Goethe und anderen. Sie alle hielten das Wohlwollen gegenüber dem zu erkennenden Gegenstand für eine unabdingbare Voraussetzung des Erkennens. So schreibt Augustinus in einer Schrift, die gerichtet ist gegen einen bestimmten Faustus, dass nur der, der liebt, zur Wahrheit gelangt. Und Pascal nahm um 1658 diesen Grundgedanken des Augustinus-Textes in seine kurze Abhandlung auf Deutsch von der Art zu überzeugen auf. Zitat Diesen Text nahm übrigens Heidegger in Sein und Zeit ganz getreu auf. Und Goethe offenbarte seinem Freund Friedrich Jakobi, Zitat Man lernt nichts kennen als das, was man liebt. Und je tiefer und vollständiger die Kenntnis werden soll, desto stärker und lebendiger muss Liebe ja Leidenschaft sein. Zitat Ende Nun, man kann auf Friedrich Nietzsche zurückgreifen, der im Aphorismus, Paragraf 110 des dritten Buches und einem weiteren Aphorismus, Paragraf 333 des vierten Buches, jeweils von seiner Schrift, die fröhliche Wissenschaft, davon sprach, dass das Erkennen eines Gegenstandes, und noch dazu eines Gegenstandes, der uns einfordert, der uns vereinnahmen will oder nivellieren will, wie das bei der Gesellschaft der Fall ist, dass das Erkennen eines solchen Gegenstandes erst zu gelingen vermag, wenn Widerstände, Ablehnung und beharrliche Irrtümer unsererseits überwunden seien. Doch auch dieser Kampf schließt das wohlwollende Grundinteresse nicht aus, ja ein. Es wäre ja unmöglich, einen solchen Kampf ohne ein Wohlwollen durchzustehen. Was ich selbst dazu meine, ist, dass es ein rechtes Verhältnis von Nähe und Ferne zu einem jeden Gegenstand gibt und dass es auch gegenüber der Gesellschaft ein richtiges Verhältnis von Nähe und Ferne gibt. So kann man zuerst sagen, dass es ein solches Verhältnis schon einmal gegenüber dem Erkenntnisvermögen geben muss. Es gibt ein wunderbares Wort von Platon aus der Politeia, wo er sagt, die dialektische Methode, also jenes im Dialog vorangehende Suchen nach der Wahrheit, diese dialektische Methode zieht, und jetzt wörtlich Platon, das in barbarischem Schlamm vergrabene Auge der Seele gelinde hervor und führt es aufwärts. Aber erst recht gegenüber dem Gegenstand dann, der uns gegeben ist. Hier gibt es die Distanz einzunehmen, die ein zu nah und ein zu fern vermeidet. Zwei kleine Beispiele dazu. Es gibt den Spruch der kynischen Schule, dem Diogenes von Sinope zugeschrieben ist, der gesagt haben soll, wenn du dich wärmen willst, geh nicht zu nah an das Feuer, sodass deine Kleider in Flammen aufgehen würden und du die verbrennst. Bleibe aber auch nicht so fern, dass das Feuer dich nicht erwärmt. Oder wenn wir uns mit dem Auto auf der Straße bewegen, dann können wir eine Reklametafel, die am Straßenrand aufgebaut ist, immer nur aus einer bestimmten Distanz lesen. Ist sie zu weit entfernt, dann sehen wir nur einen dunklen Punkt rechts von der Fahrbahn. Ist sie zu nah, dann sehen wir nur die Rasterpunkte des Großfotos, jedoch nicht die gesamte Montage. Und so haben wir es grundsätzlich auch gegenüber der Gesellschaft zu verhalten. Es gibt ein zu nah und es gibt ein zu fern von ihr. Wir könnten zwischendurch auch fragen, dass es wohl auch mit Anerkennung zu tun hat, wie wir uns gegenüber dieser Gesellschaft verhalten. Und so entsteht die Frage, ja, Anerkennung, ihre Institutionen, Anerkennung der Menschen. Aber wie ist das Verhältnis denn von Erkennen und Anerkennen ihr gegenüber oder gegenüber jedem Gegenstand? Ist, so können wir fragen, das Erkennen früher als das Anerkennen? Oder müssen wir zuerst etwas anerkannt haben, um es zu erkennen? Die Erfahrung zeigt, wir müssen zuerst wissen, was überhaupt Anerkennen ist und wen ich anerkennen soll, um dann meine Anerkennung aussprechen zu können. Wer alles und jedes unterschiedslos anerkennen würde, würde eventuell ja auch das anerkennen, was zu anderen, das er bereits anerkannt hat, in Widerspruch stünde und dem Anerkennenden schaden würde. So würden wir uns in einen manchmal vielleicht lähmenden Widerspruch versetzen, wenn wir nicht zuerst das Erkennen üben würden. Eine gleichsam blind vorgenommene Anerkennung könnte man auch als Zeichen der Gleichgültigkeit auslegen. Bevor ich also anerkenne, muss ich erkennen wollen. Das erscheint mir einsichtiger, weil sachlogischer, dass das Erkennen dem Anerkennen vorausgeht. Allerdings wird das Ersterkennen von Ehrfurcht begleitet sein müssen, wohlgemerkt. Und das beinhaltet Anerkennung. Eine solche Ehrfurcht lässt sich aber ihrerseits nur wiederum als Folge einer Wirklichkeitserfahrung verstehen, die sich schon vor dem Beherrschen der Sprache und vor der Reflexion eingestellt haben muss. Es gibt also hier ein auf gar keinen Anfang rückführbares, zirkuläres Verhältnis. Und wer jemanden anerkennt, das als letzter Punkt zu diesem kleinen Abschnitt, wer jemanden anerkennt, anerkennt ihn als jemanden, als jemanden. So blickt er auf zweierlei, auf den, den er anerkennen will, und auf einen Maßstab, auf einen anderen Menschen, auf eine Institution, auf eine Norm. Diese Distanz, die mit dem Als eingenommen ist, diese Distanz, diese Entfernung wird uns bleiben. Und das war sehr wichtig. Auch das war natürlich auch diese Margärtung. Untertitelung des ZDF, 2020